Hallo und herzlich willkommen aus dem Tabletop Basement und zu einer neuen Folge TBTV. Im heutigen Video zeigen wir euch mal die komplette Wargame-Range von AK Interactive. Ja, herzlich willkommen zurück auf unserem Kanal und ja, wir kümmern uns heute mal um die neue Wargame-Series von AK Interactive. Wir haben schon einige Produkte schon seit mehreren Wochen in unserem Shop und jetzt gibt es zwei bzw. drei komplett neue Produkte für diese Range. Und jetzt dachten wir, okay, jetzt wird es eigentlich mal an der Zeit, euch diese Produkte ein bisschen vorzustellen. Was haben die sich dabei gedacht? Warum gibt es den Quatsch eigentlich? Und wir zeigen euch natürlich auch ein bisschen was und zwar zeigen wir euch ein Beispiel der neuen Strukturpasten und der flüssigen Pigmente. AK Interactive, eine Firma, die man ja sonst aus dem klassischen Modell- und Diorambau kennt, viel im historischen Bereich unterwegs ist, sehr gute Publikationen macht im Bereich Weathering. Also da gibt es ganz, ganz tolle Bücher inzwischen und eine unzählige Anzahl vor allem an Büchern und Magazinen. In Verbindung mit Abteilung 502 natürlich gibt es ganz viele Publikationen und dementsprechend natürlich auch ganz viele Produkte, die dort in diesen Magazinen und Büchern auch erklärt werden. Ja, der Fokus liegt meiner Meinung nach tatsächlich im Weathering-Bereich. Wir haben dort ganz viele Produkte, Hilfsmittel, die uns helfen, einfach auch verschiedene Modelle und Miniaturen zu verwittern. Und aus dem Bereich kennen wir AK Interactive und ich male seit Jahren, bin ich ein sehr, sehr großer Fan von AK Interactive, weil es einfach sehr, sehr viele Produkte gibt, die, ja, wie gesagt, das Malen auch erleichtern, bin ich der Meinung und man kann viel schönere Effekte erzeugen mit den verschiedenen Enamel-Washes, auch die Farbranges haben sich in den Jahren verbessert und von daher bin ich ein Riesen-Fan, weil man wirklich das Rundum-Sorglos-Paket im Bereich Weathering und Bemalung bei AK Interactive bekommt. AK hat es aber in den letzten Jahren schon öfters mal versucht, so ein bisschen in diese Tabletop-Branche, Wargaming-Branche sich zu schleichen und hat immer mal versucht, da verschiedene Produkte auch zu platzieren und viele Produkte werden tatsächlich auch seit einigen Jahren auch in der Tabletop, also gerade auch in der deutschsprachigen Tabletop-Szene verwendet. Das sind aber nur bislang so ein paar ausgewählte Geschichten, weil es gab eine Zeit lang, da hat AK viele Produkte veröffentlicht, aber keiner wusste so richtig, wie man diese Produkte anwendet. Da haben sie auf jeden Fall extrem nachgebessert, sie haben inzwischen ganz, ganz viele PDF-Sheets herausgebracht, die man frei downloaden kann und für jedes Produkt gibt es eigentlich ein PDF, wo man einfach über zwei, drei, vier Seiten sich anschauen kann, wie kann ich dieses Produkt eigentlich verwenden. Zeitgleich haben sie auch einen YouTube-Kanal ins Leben gerufen, der auch stetig wächst und auch dort werden euch verschiedene Videos gezeigt zu den verschiedenen Produkten. Ja, na klar, es ist ein reiner Werbekanal, muss man einfach auch so sagen, weil dort werden halt auch nur AK-Produkte vorgestellt, aber das ist das Schöne daran, man kann das Ganze nochmal, ja, wer vielleicht in dem PDF das noch nicht so ganz verstanden hat, es gibt viele Sachen inzwischen auch auf YouTube, wo man sich das Ganze nochmal nach, oder nochmal anschauen kann. Beziehungsweise hier bei uns auf dem Kanal haben wir auch schon ganz viele Tutorials gemacht, könnt ihr gerne mal gucken bei uns in den Playlists, da haben wir auch schon ganz viele Sachen euch gezeigt. Aber wie gesagt, es sind einige Produkte im Tabletop-Bereich schon angekommen, gerade zum Beispiel die verschiedenen Strukturpasten, die AK hat damals die Diorama Series veröffentlicht, das sind sehr, sehr gute Strukturpasten und hat das ganze Angebot auch immer wieder erweitert mit verschiedenen, inzwischen gibt es ganz viele Sachen, angefangen von Wassereffekten, Schnee- und Eiseffekten, wir haben die verschiedenen Tufts, Büsche, also auch dort wird immer, immer wieder nachproduziert und es gibt immer neue Veröffentlichungen und die Strukturpasten sind tatsächlich auch im Tabletop-Bereich angekommen, auch die Tufts und die Büsche zum Beispiel sind im Tabletop-Bereich angekommen, wie ich es so mitbekommen habe. Und dann haben wir natürlich die Enamel Washes, auch dort sind bestimmte Farbtöne inzwischen angekommen, zum Beispiel solche Sachen wie Dark Brown Wash for Green Vehicles oder auch ein Wash for Wood oder auch das Neutral Grey. Das sind so diese Standard-Ölfarben bzw. Enamel Washes, die wir super auch im Tabletop-Bereich verwenden können. Aber es gibt noch ganz, ganz viel mehr und ich glaube, da ist immer noch so eine kleine Hürde, so eine kleine Barriere. Viele wissen einfach nicht, wie man damit umgeht. Viele sagen auch immer so, oh, dieses ganze Ölfarben-Gepansche und Odorless-Thinner und White Spirit, das stinkt ja auch immer so. Und ja, auf der einen Seite riecht das natürlich, aber da zeigen wir euch heute gleich noch ein neues Produkt, was auch den Geruch jetzt verschwinden lässt. Aber wir haben natürlich da ganz, ganz viel mehr Möglichkeiten, denn wir können mit diesen Enamel Wash-gesteuerten Farben einfach viel mehr, wir haben einfach viel mehr Kontrolle darüber. Wir können, wenn irgendwas schiefgelaufen ist, wir können es direkt ausbessern, wir können es auch im trockenen Zustand auch noch ausbessern. Und von daher bin ich ein großer Fan davon. Man kann tolle Effekte sehr schnell erzielen. Und ja, das steht eigentlich so für AK Interactive. Ja, aber lange Rede, kurzer Sinn. Sie haben es immer mal wieder versucht und jetzt mit dem neuen Brand Wargame Series natürlich ganz plakativ auch den Tabletop-Spielern zu zeigen, hey, pass auf, wir haben hier was für euch. Natürlich ist es noch nicht die komplette Bandbreite. Es sind auch ein paar, sage ich mal, Produkte, die sich jetzt gedoppelt haben. Also ich gehe auch davon aus, dass einige Farbsprays gibt es sicher auch so schon von AK. Okay, genauso natürlich auch bei den Farben, da kommen wir gleich noch zu. Das sind keine speziellen Farben, das ist die ganz normale Third-Generation-Farbe, aber natürlich abgestimmt, gerade vielleicht auch für Einsteiger, um bestimmte Effekte einfach zu erzielen. Kommen wir gleich aber zu. Genauso auch bei den Strukturpasten, die jetzt neu sind, die stehen hinter mir. Auch dort haben wir Farbtöne, die kennen wir schon aus dem Diorama-Sortiment, aber wir haben neue, knallige, kräftige Farben mit dazu bekommen und auch die Flüssigpigmente in verschiedenen Farben ist etwas ganz Neues für den Wargame-Bereich. Neben diesen Produkten haben sie jetzt auch noch ein bisschen mehr gemacht und zwar gibt es inzwischen Würfelsets von AK Interactive mit AK-Logo drauf. Ich fand es sehr ansprechend, weil es gibt orangene Würfel, von daher musste ich die natürlich haben und sie haben auch inzwischen eine Miniaturen-Range veröffentlicht und auch AK macht ja auch im historischen und Modellbaubereich haben sie auch schon ihre eigenen Bausätze gemacht und auch hier im Wargame-Bereich haben sie jetzt mit verschiedenen Miniaturen einfach mal begonnen. Es sind ganz klassische Fantasy-Miniaturen, auch in den verschiedensten Maßstäben. Das ist eher, glaube ich, was für den Maler, für den Vitrinenmaler. Das sind wirklich sehr schöne Miniaturen. Aber ich würde sagen, wir beginnen einfach mal mit den Spraycans, die wir hier schon stehen haben und auch hier haben wir jetzt ganz spezielle Farben hinzubekommen, die wir natürlich für den Tabletop-Bereich verwenden können. Und was genau, das schauen wir uns jetzt an. Wir sehen schon, das sind schon mal ganz andere Farben, wie man sie von AK überhaupt kennt, weil AK bewegt sich mehr im historischen Bereich, sind immer sehr gedeckte Farben, viele Grüntöne, viele Brauntöne und knallige Farben hat man in der Range eigentlich noch nicht so gefunden beziehungsweise, na klar, bei der Third-Generation-Farbe haben wir natürlich die komplette Bandbreite. Aber beim Sprühdosen oder im Sprühdosen-Bereich kennen wir tatsächlich nur diese Farben und mit der Wargame-Series haben sie jetzt natürlich hier Farben gesucht, was natürlich auch für die meisten oder viele Sachen einfach verwendbar sind, wie zum Beispiel, wir haben hier ein Praetorian Yellow. Ja, was eignet sich mit Gelb zu besprühen? Natürlich Imperial Fists. Wir wissen alle, Gelb malen ist einfach nicht schön, macht keinen Spaß, wobei inzwischen gibt es da ja auch schon gute Methoden. Aber wir haben hier einfach mal ein schönes, sattes Gelb, was wir direkt aufsprühen können. Wir können das direkt auch als Primer verwenden, das heißt, ihr braucht die Miniaturen überhaupt nicht grundieren. Auf der Dose ist vermerkt, dass es ausschließlich für Plastikmodels ist, also für Plastikminiaturen. Ich gehe aber auch davon aus, dass das genauso auf Zinn und Resin natürlich hält. Aber vielleicht muss man da vorher grundieren. Das haben wir jetzt natürlich nicht ausprobiert, aber es steht auf der Dose explizit drauf für Plastikmodels. Also Praetorian Yellow, perfekt für Imperial Fists. Oder hier ein Golden Armor. Natürlich, wir kennen sie alle von Age of Sigma. Goldene Rüstung könnt ihr direkt mit der Sprühdose direkt prime und dann direkt weitermalen. Also das ist auf jeden Fall ein richtig schöner Goldton. Dann zieht sich das genauso durch. Wir haben hier zum Beispiel Blue Barretts. Ich denke mal, das ist perfekt für Ultramarines. Also für den klassischen Space Marine blaue Grundierung. Hier hätten wir ebenfalls noch Cold Blood Türkis. Es ist auch ein sehr dunkler Blauton, könnte eventuell auch dafür funktionieren. Das müsste man tatsächlich mal ausprobieren. Aber ich denke mal, das klassische Ultramarine Blue, würde ich jetzt schon sagen, ist auf jeden Fall Blue Barretts. Dann haben wir hier zum Beispiel noch Green Flash. Ja, Green Flash. Was machen wir mit Green Flash? Natürlich Orks und Goblins. Perfekt. Also wir sprühen einmal eine schöne Farbschicht drauf und wir haben direkt alles schon fertig und müssen nur noch quasi ein paar Details hervorheben. Und wir haben hier noch zum Beispiel ein Purple Heart, also ein Lila. Und wir haben hier Vampire Red, zum Beispiel für Chaos zum Beispiel. Also man geht hier schon ganz stark auch auf den Branchenprimos. Games Workshop natürlich. Das ist so ein bisschen daran angelehnt. Also das heißt, wir sind stark im Fantasy und Sci-Fi Tabletop unterwegs. Und dafür sind die ganzen Farbsets auch von der Third Generation ausgelegt. Auch die Strukturpasten und natürlich auch die ganzen Sprühdosen. Ja, zu den Sprühdosen selbst kann ich sagen, AK arbeitet inzwischen mit extrem matten Farben. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Ich habe neulich auch mal die kleineren, die 200 Milliliter Cans ausprobiert im historischen Bereich. Und da muss ich sagen, gefällt mir sehr, sehr gut. Der Farbauftrag ist einfach richtig, richtig gut. Wir haben einen sehr, sehr schönen, matten Ton. Wir haben hier einen Sprühkopf mit dabei. Und was ich auch sehr schön finde, wir haben noch einen zweiten Sprühkopf mit dabei, wo wir einfach auch noch dickere Farbaufträge machen können. Das finde ich also auch schön, dass hier immer noch ein zweiter Sprühkopf mit dabei ist. Ansonsten hat AK natürlich auch noch ein Sprühkopf-Sortiment, was ihr kaufen könnt. Da habt ihr dann so einen kleinen Beutel und da sind dann viele verschiedene Sprühköpfe mit enthalten. Kommen wir vielleicht noch kurz zum Preis. Preis natürlich, das ist natürlich auch entscheidend bei Sprühdosen. Ich weiß, viele von euch da draußen gehen auch im Baumarkt und nutzen irgendwelche Lacke aus dem Baumarkt. Da gibt es auch ganz starke Unterschiede. Ich bin nicht so ein Fan von Baumarktfarben, weil mir der Farbauftrag oder die Lacke einfach auch manchmal sehr, sehr dick einfach sind. Von daher gehe ich tatsächlich schon auf Miniaturprimer zurück. Und preislich gesehen liegen wir fast im billigsten Sortiment, wenn wir von Farbsprays reden. Wenn wir von Farbsprays reden, gibt es eigentlich noch zwei weitere Hersteller, die interessant sind. Das ist einmal Army Painter und das ist natürlich Games Workshop. Games Workshop liegt im Moment bei 14 Euro, die 400ml Dose. Army Painter liegt um die 12,50 Euro, je nach Händler. Und hier bei den AK-Farbdosen liegen wir aktuell bei ca. 11 Euro plus minus. Das kommt natürlich auf den Händler noch an. Also wir haben ja auf jeden Fall schon mal einen sehr, sehr günstigen Preis. Wir haben ja eine extrem matte Farbe. Wir haben einen zweiten Sprühkopf mit dabei. Und wir haben schöne ausgewählte Farben für Fantasy und Sci-Fi-Miniaturen. Kommen wir als nächstes zu den Wargame-Color-Sets. Ja, das sind Third-Generation-Farben und es ist nichts anderes wie Third-Generation-Farben. Also es sind keine speziellen neuen Wargame-Color, sondern es handelt sich hier nur um ausgewählte Sets. Ich mache mal eine Packung auf und wir sehen, es ist die Standard-Third-Generation-Farbe. Ein Video zu den Third-Generation-Farben haben wir euch auf jeden Fall schon gemacht. Verlinken wir euch gerne nochmal unten in der Videobeschreibung. Ich bin inzwischen ein Mega-Fan von den Third-Generation-Farben. Warum? Ich muss sagen, sie verhalten sich sehr gut in der Airbrush. Ich kann sie sehr gut verdünnen und sie verhalten sich sehr gut auf einer Nasspalette, auf dem Pinsel. Sie haben ja anfangs gesagt, sie haben ja damit beworben, die Third-Generation-Farbe muss nicht mehr geschüttelt werden. Und wir haben es ein paar Mal ausprobiert und es ist tatsächlich so. Man macht es tatsächlich aus Reflex, nimmt man immer die Flasche und man schüttelt sie, schüttelt die Farbe auf. Das macht man aus Reflex, aber theoretisch braucht ihr diese Farben überhaupt nicht mehr aufschütteln. Von daher sind solche Geräte wie diese komischen Rüttelschüttler und so weiter, sind völliger Quatsch. Also nicht, sind kein völliger Quatsch, aber für diese Farben braucht ihr das überhaupt nicht. Für Army Painter sage ich, ja, auf jeden Fall braucht ihr so ein Gerät. Aber für diese Third-Generation-Farben braucht ihr die auf jeden Fall nicht mehr aufschütteln. Ja, das Schöne ist jetzt an diesen Wargame-Color-Sets, sie sind so ein bisschen aufeinander abgestimmt. Das kann AK sehr gut. AK hat schon ganz, ganz viele Farbmodulations-Sets im historischen Bereich veröffentlicht. Oder auch zum Beispiel verschiedene Uniform-Sets, wo sie euch einfach sagen, okay, das sind die Farbtöne, womit ihr arbeiten müsst. Und das sind auch immer sehr realistische Farbtöne, weil es wird dort auch viel mit Ralfarben gearbeitet und die stecken da wirklich sehr, sehr viel Zeit und auch Geld natürlich rein in die Forschung und sagen, okay, wir möchten genau diesen Farbton von dieser Uniform haben und genau diesen Farbton entwickeln sie dann dementsprechend auch. Das haben sie gemacht mit den AK Real Colors und das haben sie auch gemacht in der Third-Generation-Reihe. Bei den Third-Generation-Farmen handelt es sich um Acrylfarmen, also anders wie bei den Real Colors. Die Real Colors sind Acryllacke, die ihr mit einem speziellen Verdünner verdünnen müsst. Aber das sind ganz normale, handelsübliche Acrylfarben, wie ihr sie auch von anderen Herstellern kennt. Natürlich gibt es auch einen Third-Generation-Verdünner. Das ist auch ganz wichtig, dass ihr immer mit den Verdünnern arbeitet, die euch die Firma vorgibt. Sprich, wenn ihr zum Beispiel mit Army Painter-Farben arbeitet, dann nehmt auf jeden Fall den Army Painter-Verdünner. Wenn ihr mit Valejo arbeitet, arbeitet mit dem Verdünner von Valejo und genauso ist es mit AK genauso. Wenn ihr mit AK-Farben arbeitet, nutzt auf jeden Fall den Verdünner von AK. Kommen wir jetzt zu den speziellen Sets und das finde ich wirklich gut. Das ist natürlich auch hier wieder auf den Fantasy-Sci-Fi-Bereich abgestimmt, denn weil im historischen Bereich brauchen wir das nicht, weil da hat AK einfach schon massig viel. Deswegen finde ich es gut, dass man da hier auch wirklich auf diesen fantastischen und Science-Fiction-Bereich gegangen ist. Und wir haben zum Beispiel hier ein Farbset, das nennt sich Emeralds and Green Gems. Das heißt, wir haben hier grüne Kristalle und wir haben genau die Farben drin, die wir dafür brauchen. Zum Beispiel Black Green, Emerald, Pastel Green und ein White. Das heißt, ihr fangt mit dem dunkelsten Farbton an, zieht die Farben dann hoch und dann werdet ihr Highlights setzen. Und das ist hier auch nochmal schön auf der Verpackung erklärt, wie man da zum Beispiel vorgeht. Hier haben sie zum Beispiel auch erst die Base-Farbe mit Emerald aufgetragen, haben dann einen Shadow-Rand gezogen mit dem Black Green und haben sich dann hochgearbeitet mit dem Pastel Green und haben zum Abschluss weiße Highlights gesetzt. Also das ist auch immer nochmal schön auf der Verpackung drauf erklärt, aber ihr habt natürlich direkt die vier Farben, die ihr braucht. So, dann gibt es zum Beispiel ein Stone and Rock Effects. Ja, das ist so ein klassisches Trockenbürst-Set. Wir haben hier ein Rock Grey, White Grey, Grafit und Tenebrous Grey mit enthalten. Also auch hier perfekt abgestimmt auf natürliche Steine, aber auch den Klassiker, zum Beispiel Green Plasma. Und wir haben tatsächlich auch ein Magenta Plasma, genau. Magenta und Green Plasma, auch das sind ja immer so Farben. Ha, wie kann man das machen? Und hier habt ihr wieder genau die Beschreibung drauf, wie kann man das machen und welche Farben muss ich dafür eigentlich verwenden. Zum Beispiel, um einen Magenta Plasma-Effekt zu erzeugen, haben wir hier ein Wine Red, ein Magenta, ein Intense Pink und ein Pastel Yellow. Und wenn ihr die Farben benutzt, könnt ihr damit einen super Plasma-Effekt erzeugen. Man geht aber natürlich auch so ein bisschen mit der Zeit und natürlich haben wir hier zum Beispiel Eternal Darkness Black and Dark Effects. Und hier habt ihr alles drin, um zum Beispiel einen Darth Vader zu bemalen von Star Wars Legion. Ihr habt ja einen schönen dunklen Schwarzton, beziehungsweise so ein Schwarz-Grau-Braun. Ihr habt ein Reddish-Grey und ein Grimy-Grey, um halt die Highlights für diese Kleidung zu setzen. Und ihr habt ein Wine Red mit dabei, um halt zum Beispiel auch den Effekt des Laserschwertes zu imitieren. Also auch dort gibt es ein passendes Set. Wir haben aber auch zum Beispiel einen Lava-Effekt oder hier zum Beispiel Blue Armor. Der klassische Ultramarine, Dark Prussian, Prussian Blue, Deep Blue, Deep Sky Blue und Pastel Blue. Und mit diesem Farbset könnt ihr einfach direkt die Rüstung eines Space Marines anmalen. Also es ist eigentlich nichts anderes wie das ganz normale Standard-Third-Gen-Color-Sortiment. Allerdings halt verpackt in bestimmten Sets, was einfach für Einsteiger auch perfekt ist. Und hey, ich muss grüne Kristalle malen. Ja, es gibt natürlich was von AK. Oder ich möchte einen Space Marine bemalen, einen Ultramarine. Auch dort gibt es schon ein passendes Set. Ich kann mir vorstellen, dass dort noch weitergearbeitet wird, dass da noch verschiedene Sachen kommen. Hier sind aber schon so die Basics einfach drin. Wir haben hier einen schönen Skeleton-Tone. Wir haben einen Basic-Skin-Tone. Wir haben einen Zombie-Skin-Tone. Wir haben hier auch was im Eisbereich. Frozen Flash zum Beispiel. Vielleicht für so einen schönen Frostriesen oder sowas. Wir haben hier eine Org-Haut mit dabei. Also es ist erstmal schon mal eine ganze Menge abgedeckt. Und wenn wir über den Preis sprechen, dann liegen wir bei den Standard-Farben, bei der Third-Gen, ungefähr bei 2,60 Euro. Je nach Händler. Das kann natürlich auch variieren. Also reiht sich das auf jeden Fall so im Mittel-Segment ein zwischen Vallejo, Army, Painter, GW. Und hier habt ihr allerdings auch keine Preisersparnis. Also hier habt ihr, wenn ihr vier Farben kauft, dann bezahlt ihr auch pro Farbe 2,60 Euro. Sprich, so ein Set liegt dann irgendwo bei 10,40 Euro. Plus, minus, je nach Händler natürlich. Also ein Ersparnis habt ihr nicht. Aber ihr habt zumindest schon mal ein Set, wo alles zusammen ist. Kommen wir jetzt aber zu dem eigentlichen Kern des Videos, und zwar den neuen Produktneuheiten in der Wargame-Series. Und zwar haben wir hier den kompletten Ständer von den neuen Strukturpasten und den flüssigen Pigmenten. Ja, und was man damit anstellen kann, das werden wir euch gleich auf jeden Fall zeigen. Vielleicht zeigen wir euch erstmal ein bisschen, was gibt es eigentlich alles für neue Strukturpasten. Denn wir kennen hier einige Pasten schon. Vielleicht die, die wir kennen, gehen wir mal kurz durch. Wir haben hier Dry Ground, Wet Ground, Concrete, Snow, Asphalt, Muddy Ground und Dark Earth. Das sind so die Farbtöne, die wir aus der Diorama-Series kennen und viele wahrscheinlich auch schon von euch verwendet haben. Ich bin auch ein großer Fan, ich habe auch noch nicht alle probiert, aber Asphalt ist eine super Paste. Concrete ist mega gut. Den Dry Ground, Muddy Ground habe ich schon für einen Schweinestall mal verwendet. Und auch der Schneeeffekt ist super gut. Die Dark Earth Paste ist zum Beispiel auch eine viel gekaufte Paste von euch. Also ich kriege immer wieder mit, dass ganz, ganz viele Leute diese Dark Earth Paste für die Base Gestaltung nutzen. Ich nutze das nicht nur für die Base Gestaltung, eigentlich eher weniger für die Base Gestaltung. Ich habe es sonst immer benutzt, um zum Beispiel bestimmte Oberflächen mit Struktur zu versehen. Das können wir sehr gut zum Beispiel mit Concrete oder auch der Asphaltpaste habe ich schon vieles gemacht. Wir können aber auch, wie gesagt, Muddy Ground auf Diorama arbeiten. Wir können bestimmte Geländestücke damit strukturieren. Aber hier ist es jetzt wirklich gedacht, tatsächlich, weil wir haben auch kleinere Töpfe wie sonst, weil wir haben hier nur 100 Milliliter drin. Und hier hat sich AK dabei gedacht, hey, das ist für eure Base Gestaltung und für nichts anderes. Deswegen 100 Milliliter Töpfchen, das ist auch mal schnell aufgebraucht. Von daher, das trocknet euch auch nicht ein oder so. Wobei, das hatte ich tatsächlich noch bislang mit keiner AK Paste. Auch die großen Töpfe sind mir bislang noch nicht eingetrocknet. Das Schöne an den AK Pasten ist, die verhalten sich wirklich sehr, sehr gut, wenn ich die mit dem Spachtel auftrage. Man kann sie auch sehr gut mit dem Pinsel auftragen. Wir haben keine Klümpchenbildung oder sowas, wie man es vielleicht von anderen Strukturpasten kennt. Aber da haben wir wirklich einen schönen Auftrag. Wir haben eine sehr, sehr deckende Strukturpaste, das muss man auch sagen. Die deckt unheimlich gut. Ihr könnt also auf blanken Plastik-Bases quasi die Strukturpaste auftragen. Und das Ganze deckt sofort, ohne dass irgendwas durchschimmert. Natürlich auch mit einer entsprechenden Dicke. Wenn man es natürlich hauchdünn aufträgt, dann muss man natürlich schon noch das eine oder andere wahrscheinlich grundieren oder einfach eine zweite Schicht auftragen. Ja, das sind die neuen Strukturpasten. Und dann hat sich AK gedacht, Mensch, so eine Strukturpaste ist ja irgendwie langweilig. Und AK kommt auch aus einem Bereich, wo man nicht so dieses Trockenbürsten anwendet. Und da haben sie sich wahrscheinlich gedacht, das ist jetzt meine Theorie, hey, wir benutzen einfach flüssige Pigmente, um einfach dort ein bisschen Farbvariation ins Spiel zu bringen. Haben also auch entsprechende Flüssigpigmente herausgebracht, auch abgestimmt mit den verschiedenen Strukturpasten. Und wir können einfach dort einfach auch Schatten und Licht erzeugen mit diesen Flüssigpigmenten. Und natürlich der Tabletopper, der bürstet sowieso nochmal das Base über. Aber müsst ihr gar nicht, denn hiermit kann man sehr realistische Effekte einfach auch erzeugen. Ich bin sehr gespannt. Wir probieren heute das erste Mal diese Flüssigpigmente aus. Ich kenne diese Flüssigpigmente tatsächlich bislang nur von Woodland Scenic. Und die sind auch auf einer Acrylbasis. Das ist wieder auf Inamelbasis. Das heißt, wir müssen hier mit einem White Spirit oder Odorless Dinner arbeiten. Und ich weiß, jetzt werden viele wieder sagen, oh nein, nicht wieder dieses Stinkgezeug. Aber AK hat sich was dabei gedacht und hat gedacht, Mensch, wir machen einfach einen Odorless Dinner mit einem Fruchtgeschmack. Nein, natürlich. Das ist natürlich nicht zum Trinken, sondern es ist ein wirklich sehr, sehr angenehmer Geruch. Und das stinkt überhaupt nicht mehr nach White Spirit oder Odorless Dinner, sondern es riecht wirklich sehr, sehr angenehm. Finde ich sehr, sehr gut. AK hat sich damals bei dem Plastikkleber nämlich auch schon solche Gedanken gemacht und hat sich gedacht, hm, ja, der Plastikkleber, der stinkt ja auch immer ganz schön. Wir machen einfach einen Citrusduft mit rein und tadaaa, schon ein Problem gelöst. Also manchmal kann es so einfach sein und wir werden das jetzt direkt mal ausprobieren. Ich würde sagen, wir schnappen uns jetzt mal nicht die Standardfarben. Die kennen wir schon. Wir nehmen einfach mal ein paar farbige Pasten, werden die einfach mal auftragen, gucken, wie die sich verhalten, wie sehen die Farben aus, wie ist die Deckkraft. Und wenn es dann getrocknet ist, werden wir einfach mal mit 1, 2 Flüssigpigmenten arbeiten und gucken, was man damit so anstellen kann. Ich habe mich jetzt für ein paar ungewöhnliche Farbtöne entschieden. Ich wüsste jetzt gar nicht so richtig, was ich damit machen sollte, beziehungsweise ja, das Turkis kann ich mir gut vorstellen, dass man das gut für so unter Wasser Geschichten machen kann. Hier haben wir Fireland. Das kann ich mir vorstellen, zum Beispiel für Marslandschaften oder auch Bodengestaltung in Vietnam zum Beispiel. Und wir haben hier Plague Ground. Ja, das ist so ein sehr grünlicher Ton. Ich bin sehr gespannt. Wir werden die jetzt einfach mal auf ein blankes 60er Rundbase auftragen, gucken, wie die Farben sind, ob es wirklich die Farben sind, die man hier auch sieht. Spiegelt das quasi in dem Zustand, in dem wir es auftragen, genauso wieder? Oder ist das hier doch ein bisschen verfälscht? Das ist ja manchmal so. Von daher würde ich sagen, ich hole mir jetzt drei 60er Rundbase, einen Spachtel und dann spachteln wir die mal auf den Base. Ja, Mensch, das sieht ja schon ziemlich wild aus, die Farben. Ja, ich würde sagen, wir nehmen einfach mal ein bisschen von der Paste. Wie gesagt, ich habe jetzt hier ein 60er Blanco Base und wir sehen schon, wow, hier blitzt nichts durch. Also das ist wirklich sehr, sehr deckend, diese Paste. Und hier können wir natürlich jetzt auch, je nach Dicke, wie ihr das natürlich haben wollt, könnt ihr natürlich hier auch wirklich richtig Struktur reinbringen. Ich werde jetzt erstmal die komplette Fläche einmal verspachteln. Und wenn ihr jetzt zum Beispiel sagt, okay, ich möchte hier aber so ein bisschen, keine Ahnung, vielleicht im Nachhinein auch noch ein bisschen Flüssigkeit, ein bisschen Matsch, Wasser oder so einfüllen, dann könnt ihr natürlich auch hier so kleine Bodenwellen drauf modellieren, um halt eine gewisse Tiefe zu erzeugen. So zum Beispiel, dass ihr da einfach im trockenen Zustand dann einfach auch noch mit ein bisschen, ja, wie zum Beispiel einem Wassereffekt arbeiten könnt. Also das hält die Paste auf jeden Fall aus. Sie ist sehr schön fein, muss ich sagen, für so eine Base, für Miniaturen, perfekt. Und auch hier könnt ihr natürlich noch nachstrukturieren, indem ihr einfach mit einem Pinsel zum Beispiel ein bisschen tupft. Es ist sogar ganz wichtig zu erwähnen, dass ihr diese Strukturpaste natürlich auch mit einem Pinsel auftragen könnt, weil es ist ja oft der Fall, dass die Miniaturen vielleicht schon auf der Base kleben und ihr müsst halt drum herum arbeiten. Dann ist es natürlich mit einem Spachtel ja etwas schwierig und gerade halt auch bei, keine Ahnung, 20x20, 25x25er Bases habt ihr da natürlich nicht mehr viel Platz. So, hier muss ich sagen, boah, das ist krass grün. Ich bin gespannt, ob die Farben dann im trockenen Zustand noch ein bisschen runterfiltern oder ob die tatsächlich so grell bleiben. Aber auch hier eine wirklich sehr deckende Paste. Wir sehen hier überhaupt nichts mehr durchblitzen. Sie verhält sich einfach sehr, sehr gut. Also ich bin echt begeistert. Ja, und als letztes nehmen wir uns noch unsere blaue. Auch diese blaue Farbe sieht wirklich toll aus. Also, wie gesagt, für Unterwasser-Geschichten, auch da gibt es ja inzwischen, zum Beispiel für Rapture zum Beispiel, da gibt es doch, glaube ich, eine Unterwasser-Fraktion oder die aus dem Wasser kommt. Da könnte ich mir das auch sehr, sehr gut vorstellen oder auch für eine Themenarmee für Kings of War. Auch dort gibt es Unterwasserwesen. Das finde ich wirklich sehr, sehr hübsch. Ja, ansonsten, auch hier verhält sie sich wieder sehr, sehr gut. Wir haben keine Klümpchen oder so Fleckenbildungen. Das ist sehr, sehr gut. Sie ist sehr, sehr fein und sie ist hochdeckend. Also das ist wirklich richtig, richtig gut. Wir haben allerdings was vorbereitet. Hier sehen wir die Bases noch im nassen Zustand und hier haben wir sie im trockenen Zustand. Also wir sehen schon einen kleinen Unterschied. Es dunkelt noch mal ein wenig nach. Hier haben wir wirklich sehr, sehr, ja, es ist wirklich schon sehr türkisig-blau. Hier ist es noch mal ein bisschen runtergedunkelt. Auch bei dem Grün sieht man das und auch bei dem Rot ist es auf jeden Fall noch mal ein bisschen nachgezogen. Aber was sehen wir? Wir haben eine sehr, sehr matte Oberfläche und das ist natürlich sehr, sehr wichtig. Hier haben wir eine kleine, ja, Löcherbildung. Das kommt davon, weil wir es nicht abwarten konnten, denn das kommt vom Föhn. Denn wenn man Strukturpaste föhnt, passieren zum Beispiel solche Effekte. Das ist aber gar nicht so schlimm. Manchmal ist es sogar gewollt. Was wir bei dem Blau so ein bisschen feststellen, es glitzert. Also wir haben eine matte Oberfläche, aber es glitzert. Das liegt daran, da AK zum Beispiel auch sagt, hey, das ist zum Beispiel auch cool für quazige Untergründe. Und hier sehen wir wirklich so einen kleinen Glitzereffekt, der sich da bildet. Das ist kein Glanz von der Farbe oder von der Paste. Das ist wirklich ein Glitzer, der da mit drin enthalten ist. Das haben wir hier bei dem Grün überhaupt nicht und auch bei dem Rot haben wir das nicht. Es gibt zwei Pasten, die so ein bisschen Quarzstein imitieren und das finde ich eigentlich ziemlich gut. Nun als nächstes probieren wir die Washes aus. Ich habe mich jetzt für das rote Base entschieden und wir haben uns jetzt mal drei Farbtöne von diesen neuen Pigment Washes oder Flüssigpigmenten geholt. Und zwar Light Clay, Light Rust und Dark Rust Dust. So, das sind also auch drei Farbtöne im rötlichen Bereich. Dazu setzt sich nehmen wir natürlich den Wargame Thinner. Wir haben die Farben jetzt aber noch nicht verdünnt. Ich habe mir das jetzt schon mal hier soweit vorbereitet, ein bisschen abgefüllt. Wichtig ist bei diesen Farben allerdings, wo ich gesagt habe, bei Third Generation Farben braucht ihr eigentlich nicht schütteln. Diese müsst ihr wirklich richtig gut schütteln, denn hier setzen sich die Pigmente auf dem Boden ab. Und die müsst ihr einmal richtig kräftig durchschütteln und dann am besten, ja, könnt ihr entweder direkt aus dem Pott arbeiten oder ihr füllt euch das einfach so ein bisschen ab. Besser ist solche Sachen immer abzufüllen in kleine Kronkorken oder sonst irgendwo, weil ihr werdet immer ein bisschen mischen und ein bisschen blenden. Von daher, dann geht ihr nicht mit den verschiedenen Farben in die Farbtöpfe. Aber wir gehen mal direkt auf den Tisch und ich zeige euch mal, was man damit machen kann. Ich habe mir jetzt die Washes erstmal unverdünnt in kleine Kronkorken abgefüllt. Das, was man hier jetzt leider nicht so wirklich machen kann, wir haben natürlich, es ist ja immer so eine Licht- und Schatten-Geschichte. Wir haben natürlich auf diesem Base jetzt keine Figur oder vielleicht einen großen Stein oder eine Baumrinde, einen umgestürzten Baum oder was auch immer. Das haben wir jetzt leider nicht. Das heißt, natürlich, wenn wir hier irgendwas Großes platziert hätten, dann würden wir natürlich hier mit Schatten anfangen und würden uns dann hocharbeiten. Aber wir testen jetzt auf diesem Base einfach nur erstmal, okay, wie verhält sich eigentlich diese Farbe. Ich fange mal mit diesem Dark Rust Dust an und streiche hier einfach mal was auf und wir sehen schon, okay, das ist extrem dick. Wir färben halt das komplette Base ein. Wir nehmen mal so ein bisschen was mit unserem Verdünner und verdünnen es einfach mal direkt auf dem Base. Und ich muss sagen, okay, es ist echt immer noch ziemlich dark. Aber dann nehmen wir einfach ein bisschen mehr Verdünner und versuchen das einfach ein bisschen auszufäden und gucken mal, ob das besser wird. Also wir sehen schon, es ist sehr ergiebig. Wir nehmen einfach mal einen zweiten Ton mit rein. Der ist tatsächlich nicht so intensiv. Obwohl der ja orange ist, aber dieser orange Ton auf dem Rot kommt jetzt nicht so rüber. Was ich aber auch ganz gut finde, denn hier können wir dann einfach so ein bisschen das Ganze so ein bisschen verblenden. Wir nehmen jetzt unseren Light Clay einfach auch nochmal mit zu. Der ist richtig schön dünn, also nicht so farbintensiv. Das ist so ein heller Braunton, finde ich gut. Und auch hier versuchen wir das Ganze mal einfach so ein bisschen ineinander zu verblenden. Und wir sehen schon, wir haben jetzt hier schon verschiedene Farben drauf. Wir haben hier so einen dunkleren Bereich. Hier haben wir etwas einen orangefarbenen Bereich. Hier haben wir einen etwas bräunlichen Bereich. Wir können aber natürlich auch wieder rangehen und das Ganze wieder noch wieder zurück zum Originalton zu gehen. Indem wir uns einfach den Verdünner schnappen mit unserem Pinsel. Und streichen einfach die Stellen aus, die wir einfach mit der Originalstrukturfarbe wieder haben wollen. Wir können aber auch hier mit einem Zebertuch zum Beispiel tupfen, um einfach wieder auf den Originalton zurück zu gehen. Gerade bei solchen Flüssigpigmenten mag ich das ganz gerne, wenn man eine Struktur hat. Dass man da so ein bisschen ineinander auch das Ganze so ein bisschen vertupft. Dann ist es nicht ganz so farbintensiv, aber trotzdem sehen wir einen Unterschied. Bei dieser Geschichte würde ich tatsächlich jetzt noch einen helleren Ton bevorzugen. Zum Beispiel den Dust-Ton. Das ist noch ein sehr, sehr heller Ton. Da kann man einfach noch ein bisschen heller werden. Ansonsten, wenn man es dann doch an einigen Stellen nochmal wieder dunkler haben will, geht man einfach mit dem dunklen Ton nochmal rein. Und ihr seht, das ist wirklich sehr, sehr intensiv. Also den müsst ihr auf jeden Fall ein bisschen verdünnen. Was aber ja nicht schlimm ist, denn wir können mit dem Verdünner ja direkt auf dem Base arbeiten und wieder mit den anderen Farben ineinander verblenden. Das Schöne ist, wenn man mit so Odorless-Thinner-Geschichten arbeitet, das kann man relativ schnell trocken föhnen. Das trocknet sehr, sehr schnell, weil das einfach sehr, sehr schnell verdampft und verdunstet. Das ist natürlich schneller als bei Wassergeschichten. So, wir sehen, im trockenen Zustand haben wir auf jeden Fall schon die verschiedenen Farbnuancen. Das gefällt mir schon ganz gut. Man kann das aber tatsächlich noch ein bisschen mehr übertreiben. Im nassen Zustand sah das tatsächlich ein bisschen hart aus. Aber jetzt im trockenen Zustand muss ich sagen, okay, man kann da tatsächlich noch mehr Variationen reinbringen. Gerade das Orange gefällt mir jetzt ziemlich gut. Da kann man wirklich schöne Sachen mit auffällen. Und ich glaube, das kommt auch wirklich erst zur Geltung, wenn wir hier verschiedene Sachen einfach auch noch auf dem Base haben. Und dort dann auch wirklich mit Licht und Schatten arbeiten können. Aber die Pigmente, muss ich sagen, wow, gefallen mir sehr, sehr gut. Das ist natürlich jetzt noch kein Monster-Effekt. Und auch hier würde ich natürlich immer noch mal ein bisschen drüberbürsten. Aber die verschiedenen Farbnuancen ineinander zu blenden, finde ich schon sehr, sehr hübsch. Und das kriegt man normalerweise nur mit einer Airbrush hin. Natürlich nicht nur mit einer Airbrush, auch mit Acrylfarben kann man das natürlich machen. Aber es muss ein bisschen geübter gemacht werden als mit solchen Animal Washes. So, jetzt noch mal ein kurzes Fazit zu den Ganzen. Also natürlich ist es wieder ein bisschen ölig. Klar, wir haben den Verdünner hier. Und ich muss sagen, der Geruch ist wirklich sehr angenehm tatsächlich. Es riecht jetzt nicht nach Früchten. Es riecht wie ein, ja, klingt jetzt blöd. Aber ich würde jetzt mal sagen, das geht in Richtung sanftes Männer-Deo. Ich glaube, da kann man den Geruch am besten mit beschreiben. Die Washes an sich haben einen ganz leicht Terpentingeruch. Aber auch nicht so stark wie die anderen Geschichten. Und hier sehen wir aber auch, wie sich die Farben so ein bisschen unterschiedlich verhalten. Also gerade dieser Dark Rust, das ist schon ein bisschen dicker und sehr intensiv. Und die anderen beiden waren ein bisschen dünner. Und braucht man gar nicht mehr verdünnen. Aber ich finde die Geschichten gut. Ich werde das jetzt definitiv mit verschiedenen Sachen mal ausprobieren. Denn wir haben natürlich nicht nur die abgefahrenen Farbtöne, sondern wir haben natürlich auch Standardbrauntöne und Dunkelbraun. Und so ein bisschen Chaos Dirt und Rider Earth und Battle Ashes. Also da gibt es auch noch nicht nur die abgefahrenen Sachen, sondern natürlich kann man das für sämtliche Systeme auch verwenden. Kommen wir noch kurz zu den Preisen. Die Washes liegen 35 Milliliter bei 4,50 Euro. Plus, minus, je nach Händler natürlich. Wir haben den Thinner. Hier sind 125 Milliliter mit drin enthalten. Kostet 7,50 Euro. Und bei den Strukturpasten liegen wir bei 6,95 Euro. Also der Thinner ist ein bisschen billiger als zum Beispiel den Whitespirt oder Odourless Thinner. Wir haben hier einfach nochmal 25 Milliliter mehr drin. Die Washes liegen ungefähr gleich mit den Washes, die wir sonst von AK kennen. Bei den Strukturpasten ist es ein bisschen teurer geworden, denn wir haben hier nur 100 Milliliter drin. Aber dafür natürlich auch ein paar ausgewählte fancy Farben. Von daher muss ich sagen, ich finde die Range spitze. Ich werde da definitiv jetzt ein bisschen mehr rumprobieren. Ich war sonst eigentlich auch immer der Leim, ein bisschen Sand drauf. Aber dann hat mich eigentlich immer gestört, man musste das noch bemalen, man musste es noch trockenbürsten. Man spart sich eine ganze Menge Arbeit, indem man einfach nur ganz fix Strukturpaste aufträgt. Gerade wenn man 25 Millimeter Basels hat und da eh noch so Zeug drum ist, dann nimmt man sich einfach hier so ein, zwei Washes. Zack, 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 blendet so ein bisschen ineinander. Verdünnt das Ganze auf dem Base. Das Zeug ist super schnell trocken. Gut, die Paste muss natürlich ein bisschen trocknen, aber auch hier könnt ihr mit dem Föhn ein bisschen nacharbeiten. Und ja, dann macht ihr ein, zwei Washes drauf. Macht doch vielleicht ein bisschen trockenbürsten. Würde ich jetzt bei dem Base tatsächlich auch machen. Noch ein bisschen trockenbürsten. Und dann ist es schon fertig. Ein paar Dufts drauf und schon ist eure Base-Gestaltung fertig. Ja, also ich bin mal wieder überzeugt von AK. Und ich würde sagen, wir kommen jetzt noch zu einem abschließenden Fazit. Ja, ein abschließendes Fazit. Ich war ein AK-Fanboy und ich bleibe ein AK-Fanboy. Ganz ehrlich, die Sachen, die Jungs machen alles richtig. Bislang habe ich ganz, ganz wenig oder ich glaube fast noch gar kein Produkt von AK gehabt, wo ich sagen muss, okay, das ist völliger Quatsch. Die Lacke sind gut. Die Primer sind gut. Egal, ob das Airbrush-Primer sind oder auch die Dosen-Primer. Die Third-Gen-Farbrange ist mega gut. Real Color, ich sage immer noch, beste Airbrush-Farbe der Welt. Die Diorama-Series, Weltklasse. Die ganzen Publikationen, die sie gemacht haben, Weltklasse. Da kann man so viel lernen. Und jetzt natürlich mit der Wargame-Series auch bereit für den Tabletop-Markt, um ihn noch mehr zu erobern. Das heißt, wir haben jetzt hier einfach noch eine schöne Range für Fantasy und Science-Fiction und können hier nochmal ganz andere knallige Farben reinbringen. Das ist eigentlich immer genau das, was ich mir auch immer gewünscht habe. Das würde ich mir noch für Real Color wünschen. Wenn sie das irgendwann nochmal machen würden, dann glaube ich, würde ich alles andere entsorgen und würde nur noch AK-Zeug verwenden. Denn bei den Real Color fehlt tatsächlich noch so ein bisschen, zum Beispiel so ein schönes Türkis, ein schönes Magenta, Lila, ein geiles Rot, ein geiles Gelb. Wobei, geiles Gelb und Rot haben sie eigentlich schon. Aber da vielleicht noch so ein paar Abstufungen rein. Wenn sie das noch hinbekommen, dann würde ich sagen, mega gut. Aber wer weiß, vielleicht gehen sie mit dieser Wargame-Series ja auch in den Real Color-Bereich. Ich bin sehr gespannt, was da noch kommt. Sie haben auf jeden Fall jetzt in diesem Jahr eine ganze Menge neue Releases gehabt. Und ich denke, das wird auch nicht so leicht aufhören. Ich denke, da wird es immer weitergehen. Und deswegen freuen wir uns einfach, was uns demnächst in diesem Bereich erwartet. Ja, das war es jetzt zu diesem Video. Schaut gerne mal bei uns im Tabletop Basement Shop vorbei. Denn dort haben wir diese ganzen Produkte, die wir euch gezeigt haben, natürlich auch vorrätig. Ja, und der eine oder andere wird jetzt wieder sagen, das ist total das Werbevideo. Ja, aber von irgendwas müssen wir ja auch leben. Also, wir freuen uns auf eure Bestellung. Und ansonsten schaut gerne mal bei unseren Partnern vorbei. Denn auch die haben auch diese Produkte. Also könnt ihr natürlich auch dort kaufen. Und ja, falls euch das gefallen hat oder ihr schon selbst Erfahrung damit gemacht habt, schreibt es gerne mal in die Kommentare. Oder vielleicht ist das auch gar nichts für euch und sagt so, nee, da habe ich keinen Bock drauf. Das ist so neumodischer Quatsch. Das mag ich alles nicht. Ich mache trotzdem weiter Leim, Sand und Farbe druff. Dann ist das auch völlig okay. Werde ich natürlich auch weiterhin immer mal machen. Aber ich werde das definitiv jetzt auch mal öfters machen. Weil ich glaube, es ist einfach auch eine schnelle Methode, um eine Base-Gestaltung zu machen. Nicht nur für die Base-Gestaltung, natürlich auch für sämtliche Geländebauprojekte. Und da kann ich mir zum Beispiel auch die knalligen Farben, gerade auch im Geländebaubereich, auch noch eher vorstellen. So, das war es zu diesem Video. Ich sage danke fürs Einschalten. Wenn ihr uns unterstützen wollt, tut das gerne mit einer Bestellung bei uns im Shop. Werdet Kanalmitglied. Patreon. Schaut gerne bei Instagram vorbei. Facebook ist, glaube ich, auch noch da. Ja, das war es zu diesem Video. Ich sage danke. Bis zum nächsten Mal. Und tschüss.